Herzlich Willkommen zu einer neuen Raft-Folge mit Concord. Hallihallo. Und dann hier mal, hoppala. Hey, was zum Henker. Ich, ja, mein Ding ist bissl voll. Ich muss hier mal kurz. Ich muss eigentlich auch mal wieder Inventar-Dingspunktes die machen. Boah, ich bin so voll, Alter. Geil. Eigentlich nicht geil, aber. So, dann hauen wir da das Essen rein. Also, ich brauche unbedingt irgendwie so einen Rucksack oder sowas. Ja, ich auch. Es gibt doch diesen Rucksack, den man Croft... Ah, ne, den müssen wir noch erst davor schon, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ich darf ja gern Schmutz finden und dann da ein bisschen, aber... Wie war das? Man braucht den Rucksack. Für Rucksack braucht man Wolle und Leder. Ja, also. Eigentlich brauchen wir irgendwie Tiere. Ja, und dafür brauchen wir jetzt eine große Insel. Und die große Insel kriegen wir wahrscheinlich erst, wenn wir diesen Scheiß empfangen oder sowas gebaut haben. Magst du noch mal tauchen oder soll ich den Anker lichten? Ne, kannst du lichten. Ich glaube, ich bin fertig. So, dann kommt das hier rein. Das kommt auch wieder hier rein. Also, wenn wir auf eine große Insel kommen sollten, wir vielleicht zumindest einer von uns so Netzwerfer haben vielleicht. Ja, ja, das stimmt. Das könnte man auch machen. Weil man kann auch so eine Wiese und sowas dann bauen, da kann man da einfach so Tiere halten. Das ist eigentlich ganz nice. Das wäre ja ganz praktisch, ja. Magst du das machen mit dem Netzfänger? Et, Schießer, wie auch immer es heißt? Ja, ich kümmere mich drum. Ähm, nicht sehr hoch, brauche ich da Schrott-Kunststoff. Ah, das haben wir alles. Sehr schön. Schrott-Hammer. Irgendwie... Ah ja, gut, das in der anderen Kiste. Das auch. Das brauche ich da. Und Bolzen muss ich wieder herstellen. Oh, das kann jetzt knapp werden. Wie viele Bolzen brauche ich da? Zwei. Oh, da muss ich nochmal Erz einschmelzen. Oh, oh, oh. Oh, nee, für die... Was? Für die Säulen braucht man Nägel. Das war ich echt gerade sehr motiviert, da ein bisschen weiterzubauen. Scheiße, man. Dann haben wir Bolzen, haben wir... Jetzt ist das Problem, jetzt hab ich... Ja, halt jetzt wieder da. Wo, 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 wo. Ach so, er meint's allgemein. Ja, irgendwie... Ja, wie ist es gerade nicht voll, oder was? Irgendwie Erz. Ach da, ach da ist Metall-Erz. Oh Gott sei Dank, ey, ich dachte schon. Hallo. Ha. Aua. Wir haben dich doch gerade weggescheucht. Wieso greifst du gleich an? Was soll denn das? Gibt's ja nicht. Frech. Hm, ne Mücke ist vor mir. Die wahres Zeit verstehe ich nicht. So. Im echten Leben. Im echten Leben, ja. So was habe ich noch, ja. Echt? Ja, aktuell nicht mehr so. Aber früher... Na ja. Na ja. So. Dann muss ich da ein bisschen Metall, weil sonst kann ich den Shit nicht herstellen. Ich brauche Wasser. Hast du denn schon mal geerntet? Hm? Ich habe gewässert gerade, oder? Ne, geerntet und gepflanzt, aber nicht gewässert. Wo? Ja, weil das Wasser hier gerade nicht fertig wird. Hm. Ach, ich blicke gerade nicht durch. Irgendwie, irgendwie lacht es nicht so ganz. Ich glaube die ganze Zeit, wir hin und her und weiß nicht genau, was ich machen muss. Weil ich eigentlich nur immer auf irgendwie Erd oder auf irgendwas warte. Ich warte hier mehr als wie. Hä? Ich habe schon wieder kein Holz. Das ist total. Bleib da Holz. I need you. I need you right now. Und dieses Holz, ey. Holz ist mangelbarer, ja. Trotz solchen Netzer. Äh. Schon hart irgendwie. Was ist denn jetzt? Hm. Ach, danke. So, jetzt könnte ich den Netzwerfer. Oh weh, ich brauche dafür immer Munition. Ich sag's dir. Oh, da hinten ist was zum Holen. Oh, der geht auch kaputt. Ach. Keine Munition. Nein, nicht dein Ernst. Muss ich dafür nur, sei. Wie, Munition. Oh, ja, 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 ja. Wie stelle ich Munition her? Steht auch nicht da. Was hab ich noch nicht erforscht. Ah, Klassiker. Da muss ich jetzt ehrlich nachgucken, weil ich glaube wirklich. Netzkanister. Man braucht exklusives Pulver dafür. Nichts. Jo, Ernst. Jo, geil. Dann kann ich dir schon mal in irgendeine Truhe hauen. Weil, dann hat das ja sowieso keinen Sinn. Ne, ich glaub, wenn wir einmal im Kreis. Dann schmeiß ich den da mal rein. So. Jo, geil. Kann man die nochmal nehmen? Nein, 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 nein. Ach, Gott. Hallo. Hallo. So, Leute, ist noch aus dem Topf. Das ist nicht für ein toll. Ich habe eine Potato. Okay, Moment. Ton. Ton, 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 Ton. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll hier in diesem Game. Aber... Dann war ich irgendwie so... Ähm, so... Ding. Also, wir haben jetzt das Rezept Gemüsesuppe. Also vier Kartoffeln oder vier rote Rüben ergeben ein gutes Gemüsesüppchen. Also wenn du das hast, dann kann man da... Trinkt mehr als... Was, was? Vier Kartoffeln oder was? Rote Rüben. Jo. Kannst du halt die Rezepte da anschauen. Was kocht denn da jetzt? Ne Gemüsesüppchen. Geil. Hai, bleib weg. Ah, mit dem Metallspeer brauchst du nur noch zweimal zuhauen. Wo ist das? Ah, da ist die scheiß Ding. Hey, 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 hey. Wir fahren weg. Ja, ich hab ja extra da... Ey. Das hab ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Dass wir da so hinstellen. Wir fahren trotzdem vorbei. Ah, nee. Ah, jetzt geht's. Ich spring rüber. Geronimo! Oh, scheiße. Ops. Na. Einer zer... Früchte Kompott. Yay, haben wir ja noch nicht, ne? Alter, Alter. Scheiß. Dreck, ey. Alter, wo war das denn? Ich kenn mich ja da. Ich bekauf jetzt die Laterne. Ich hab was Bock auf Licht. Die stell ich jetzt da. Wie schaut denn die aus? Da oben die... Die... Da, ja. Boom. Geil. Okay, die ist auch wirklich geil. Ich hab mich grad selbst gehört irgendwie. Komisch. So. Echo. Ne, ich wollte die Feder nicht aufnehmen. Ich höre ganz viele Vögel. Das heißt, es muss eine Insel in der Nähe sein. Aber ich sehe nichts, weil es dunkel ist. Ich sehe keinen so. Ja, ich sag dir, ich sehe auch gar nix. Gemüse. Ach... Mann, äh. Mann, äh. Mann, äh. Mann, äh. Mann, äh. Pick-up Gemüsesuppe. Ja, das mach ich doch gleich mal. Aber ich bin nur am Schmelzen, ne? Ja. Ich mach nix anderes in dem Spiel, also. Alter, ich... Ja, an... Wenn ich da solche Spiele spiele, muss ich immer zum Beispiel an... Fuck, wie heißt das Spiel? Was es aktuell nur auf Epic gab und sowas. Dieses mit Fabrik aufbauen und... Ah, äh. Äh... Äh, Satisfactory. Ah, ja, genau. Wo man das einfach alles automatisieren kann. Wo man einfach sagt, da wird automatisch abgebaut, das transportiert man automatisch in die Schmelze... Und dann macht's... Ja, voll übertrieben dann irgendwann mal... Ich glaub so automatisieren, ich bin nix so... Fan davon. Ja. Ja, was kann man noch bauen? Leiterplattie braucht man sowas? Ne, ja nicht, oder? Äh... Naja, aktuell braucht man das glaub ich nicht. Echt, das kann ich wegschmeißen. Ne, das schmeiß ich gleich ins Wasser. So... Und das kommt da hin. Früchtekompott, du kannst ganz mal schnell hier... Tschüss! So. Ist in die Weiten der Meere hinein. Oh. Das Früchtekompott. Tschüss! So, ich baue jetzt da oben mal schnell... Ah, Nägel, ich brauch wieder Nägel. Ach, da hast du ja. Gut, perfekt. Ach so, wegen... Äh... Nägel. Ja. Dann ne, warte ich muss hier mal... Wir brauchen noch mal ne Truhe, ganz ehrlich. Die sind alle wieder voll. Ne, die hier ist nicht ganz voll. Aber eigentlich war das alles soziert. Ja, für... Ja, darum meine ich ja, wenn halt es ein bisschen soziert... Weil Feder ist eigentlich... Kommt da eigentlich nicht rein. Die bräuchten noch... Federn haben aber hier... Hä? Wo hab ich die Federn? War das hier? Doch hier hab ich die Federn. Ja. Ja. Ja, stimmt. Kann man jetzt das Ding schon hier oben hin bauen? Oder wie... Wie groß braucht man das denn? Hat hier mal was kaputt gemacht? Oh man... 80% Gesundheit. Warte mal, ich führ das mir mal. So. Ach so, mal schauen mal ob das funktioniert. Batterie noch... So, wir den Anker eigentlich... Nee, ein bisschen versetzen damit wir hier wieder zu machen, oder? Zu nah am Empfäng... Was? Loll, man muss mehrere Antennen bauen. Nichts da in Er... Wie mehr? Zu nah am Empfänger? Ja, wir stellen den Empfänger weiter weg. Vielleicht ist es eher wegen Störungen vielleicht. Vielleicht kannst du den Empfänger ja unten stehen lassen und die Antenne oben. Ne, 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 die... Die Antenne wahrscheinlich unten... Wahrscheinlich... Woll, was... Hä? Loll, ach soo... Das ist dann auch noch... Falsche Höhe... Oh... Mein... Gott. Ich glaub die Antenne muss oben. Ne, sie brauchen eine riesige... Ich glaub die Antenne muss hoch. Ja, der Empfänger muss übrigens auch noch oben. Wieso muss der Empfänger nach oben? Das ergibt gar keinen Sinn. Ist doch scheißegal, das ist nur ein Computer. Ja, gut, das ist ja auch gleich, ne? Die Antenne, klar, dass die hoch muss und dann der Empfänger ist ja scheißegal, wo der steht. Im Normalfall. Ja... Mein Gott. Hörst du auf? Meine Güte. Er fordert mir... Guck, ne, der Empfänger muss auch oben sein. Ja... Das ist ja voll blöd. Ja, da müssen wir halt noch mehr Platten... Platten hinbauen. Brauchen wir noch mal so... Oh, ist das nervig. Und du sagst für die komischen Dinge brauchen wir... Nägel. Ach so, okay. Warte... Warte mal... So, und dann... Reicht das schon? Vielleicht so daneben? Moment, ich seh's grad nicht. Boah, jetzt ist grad voll viel da, das ist so schön. Ich hau da immer daneben, Mann. Was für ne Kacke. Reicht das jetzt? Ja, die eine Antenne läuft schon mal. Oh, Gott sei Dank. Und was bringt das jetzt? Wie sieht das aus? Anzahl erhöhen. Was, drei Antennen brauchen wir? Und dann muss man die Batterie immer wieder neu... Na gut, ausschalten das mal. Ah, das nimmst du! Wow, ist sogar eine sehr große. Der Kumio, ey. Wir fahren eh voll drauf zu, oder? Bin mir grad grad nicht sicher. Ne, der Wind geht grad... Naja, der Wind geht eigentlich falsch. Hm, hm. Oh, ich hab duscht. Not good, äh. Tasse. Ich hab keine Rolle, oder das? Ja, heute haben wir die ganze Zeit nicht, was dir noch nicht aufgefallen ist. Da war was, glaube ich. Ne, ich wollte eigentlich noch mal eine zweite Truhe bauen. Hm, 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 hm. Dann kann ich den Cast da rein, den Cast da rein... Wie hieß hab ich denn noch mal ein Rezept? Ich dachte das Rezept hab ich weggeschmissen. Und wir los. Was ist hier passiert? Was ist hier von hier? Was verstehe ich nicht? Oh, wir sind schon da. Ich hau mal den Anker rein. Aber, das ist eine ganz blöde Stelle hier. Irgendwie. Ja. Ja, Mats. Tun wir mal... Irgendwie... Na. Scheiß, Stein, ey. Bist du den Anker? Äh, ja. Kann ich machen. Dann tue ich doch mal ein bisschen hinschwimmeln da. Was hinschwimmeln? Hinschwimmeln! Was irgendwie gerade nicht so funktioniert, wenn wir da hängen bleiben. Fuck. Ja, ich setz's mir. Der kann's schon setzen, ne? Gut, passt. Hoffentlich haben wir da irgendwo Schmutz. Das ist toll. Mein Inventar, wie schaut's aus? Relativ leer eigentlich. Ist ganz gut. Ja, gut. Das sind eigentlich wieder nur die Bäume. Play. Na, weil ich muss das Essen, bevor ich losgehe, das sehe ich schon. Ich ernte mal alles, bevor der Vogel das alles wegfrisst. Ja. Dann futter ich mal. Oh, jetzt sieht's wieder richtig kacke aus hier auf dem... Nicht gut? Nee, gar nicht gut. Gar nichts. Wirklich gar nichts. Ich kann hier vielleicht ein paar Bäume füllen, wenn das was. Kacke. Ja, weggesens Holz. Alles positiv sehen. Kein... Das hau ich aber rein, das ist mir wichtig. So, jetzt kann ich mal weiter... Lass mich da durch. Ich mag jetzt auch mal auf die Insel schauen. Gelbe Blumen, die scheiß Blumen brauchen wir nicht mal. Auch nichts, nichts. Was ist das für eine Insel, ey? Also die Insel, die sind schon voll auf eine Insel und dann ist da aber gar nichts. Nein. Da hab ich nur ein riesen Felsgetümmel, wo du nichts von hast. Uah, jetzt wär ich gar nicht runtergefallen. Ey du dummer Hai, ganz ehrlich. Ach, fick dich doch. Will ich leben, wenn ich jetzt ins Wasser springe? Ja, nicht, oder? Vor allem hier nicht mal zum Tauchen ist hier was? Das ist alles nur... Warte, ist das Sand? Kann man das vielleicht abbauen? In der Schaufel? Nö. Hier ist nur Sand? Da ist nichts. Nicht mal mehr zum Tauchen ist hier irgendwas. Gar nichts. Das ist hier vielleicht bei uns im Fluss. Hier ist bisschen Ton. Ja, bissl Ton für die Schalen, ganz nett. Ach, da ist eine Höhle. Lol. Okay. Was ist eine Höhle? Ja, unter Wasser ist also unter der... bisschen Kupfer... 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 Schrott... Ich glaube, ich brüchte einmal diese Wasserflasche... Äh, das ist zum Atmen. Achso, Sand ist okay. Sand... Eh, eine Riesenmuschel... Schrott... Was ist das? Ton... Ton... Oh, du bist ja auch schon da. Das ist nur Schrott... Ah, jetzt muss ich nochmal hoch. Und... Warte, wenn ich auch auf einmal dann... oben bin, muss ich auch nochmal craften. Damit ich länger in Wasser bleiben muss. Kann. Darf. Kann, darf, muss, soll. Da ist nochmal Sand oder Ton. Ja, Sand. So lustig, der ganze Boden ist irgendwie Sand und dann hat man nur Sandhügelchen, die man abbauen kann. Oh, was. Ja, das stimmt. So. Da drin hast du schon... Ah, das Erz hast du gerade aufgepasst. Sehr gut. Ja, ich glaube, da kann man eigentlich weiterfahren, weil... Oh, der Heikimt. Ah, er hat mich noch erwischt. Arsch. Ähm... Wolle ich irgendwas essen, technisch? Das Rezept, das lasse ich gleich mir hier. Habe ich das hier eingesammelt, ey? Früchte-Kompott, weg mit dir. Tschüss. Hä, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe meinen Ping und... Was ist das? Oh, das ist ja Früchte-Kompott. Hä, wie habe ich das gemacht? Lol. Ich habe jetzt oben rechts eine Anzeige von meinen Frames und so und... Ich verstehe aber nicht, wie habe ich die hingemacht? Äh... Da kann man irgendwas drücken, ja. Ja, aber ich weiß nicht. Ja, aber ich weiß nicht. Ja, ich habe... R1? R2? R3? Ich traue mich gerade nicht so richtig, aber ich habe auch da irgendwas passiert. Okay. Das gibt's doch nicht. Ich habe da irgendwas gedrückt, aber... T? Ne, T war das. Z? Hm. Hä? Ich traue mich die Windows-Taste nicht zu drücken. Hm. Ne, Windows-Taste zwar nicht gewesen. Hä? Bin ich bescheuert? Ich habe da jetzt echt alle Tasten durchgedrückt. Weißt du, wie du aus Versehen auf eine Taste kommst? Aber... Dann... Keine Taste das wieder weg macht. Es ist... Es ist... Es ist wirklich ein... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich lass das jetzt einfach. Ich muss das später mal gucken. Dann habe ich einfach mal meine... Es ist gut, ich sehe meine Frames und so. Das ist okay. Damit kann ich... 60 FPS... Geil. Ja, 120. 124, Bitch. So. Nice, nice, nice. So, dann... Äh, ich weiß ich nicht. Sollen wir dann noch mehr Antennen bauen und so? Jetzt müssen wir Antennen bauen, oder? Achso... Ja, Antennen bauen. Was brauchen wir denn da? Holzen. Ufff. Kommen wir erstmal wieder Nägel. Leiterplatte? Nee, erstmal Nägel. Wir müssen erstmal die Fläche oben bauen. Schrotten. Ähh... Hast du Nägel? Turten. Äh, wie kostet man das? Wie viele Nägel braucht man da ungefähr? 2 pro 2? Ja, pro, pro, pro Dingsbund weißt du doch schon Was wir fahren hier und fahren hier Da fliegt ein haufenweise Zeug, schwimmt bei uns vorbei Aber durch unsere Netze ist so seltener irgendwie ganz wenig Guck mal hier ist ein neun Nägel für dich Danke dir Das war sehr hilfreich So, es fehlt mir Holz Es fehlt uns Kupfer Jetzt müssen wir Kupfer eins halten Ja, ist schon dabei Ah Aber ich brauche Holz Ich brauche mal ein bisschen Holz Lass mich dran Ähm Ich hab ein bisschen Holz übrig Bisschen nicht Du musst alles haben Ich hab so viel gehabt Arsch Ich hab elf Die Insel da hinten auf der warme jetzt ne Stimmt wir von zurück von der Insel Ja, was ging hier So Oh Gott Oh Gott Ich muss mal wieder was essen Aber wenigstens haben wir nicht mehr das Problem mit dem Essen Das ist ganz gut eigentlich Das ist gut, ja Ah Kupfer ist fertig, sehr gut Hast du noch mehr Kupfer? Jaja Hau rein klein Ach nee Jetzt brauchen wir Ach Seetang Nee, eher Seetang jetzt Seetang Ist okay, ja Das ist was Seetang jetzt noch rein Müssen wir unbedingt wieder mal Fische oder sowas Weil die Fische sind alle Ich hau mal ein paar Rüben rein Ach, ja Ja Oh Gott Ja Weil man so viel manuell machen Du bist dauerhaft in dieser Kiste trägt, ich will das schon seit zwei Stunden Holz rausholen Haha, du Wichser Hey, das ist ja gar kein Holz Was für eine Scheiße Nee, das ist kein Holz Was für eine Kacke, ehrlich Wir brauchen aber Holz, ganz viel Holz Ja Einfach auch diese Brennurfen, die brauchen Grill und sonst, die brauchen so viel Holz Das ist eigentlich auch so ein Problem, ja Holzboden So, jetzt habe ich genug Holz Zack 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 Oh, geil Mir fehlen zwei Holz Oh, vielleicht habe ich die sogar, weil ich glaube, wir müssen was auf... Nein, habe ich nicht Warte, wenn ich hier jetzt nochmal eher Tenne, dann ist das... was das? Oh ja, passt Eine Tenne kann man dann nebeneinander, oder wie? Anscheinend, ja Das Gott sei Dank Gut, so, jetzt brauche ich... Ein, war ein Ball, Bolzen nochmal? Habe ich noch hier ein Bolzen? Ne, das war ein Viking-Bolzen gleich wieder... Mit dem Ding wahrscheinlich... Ja Was brauchst du für Bolzen? Antenne, zack So Äh, gehen die nicht näher? Geh die nicht näher? Geh die nicht näher? Doch, dann in der Mitte noch einer kommt So, schau mal mal Geh die nicht dann... Passt die denn nicht hier an die dritte Reihe? Fuck Geh das doch nicht? Die ist zu nah Die ist zu nah Warte, wenn man es hier vielleicht dran sagt, schau mal Scheiße, die ist zu nah Äh Guck Warte kurz Ah, ich brauch nur Holz bitte irgendwo Holzi, Holzi, Bolzi Holz, 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 Holz Ja Warst Perfekt Die sind noch, jetzt hatte ich Wenn du die da hinter weglatschst Ein zweiter hinter setzt die da Schau mal Kann man nicht mit dem Eimer das Wasser schneller auffüllen oder sowas? Ne, kaum Ich hab den Eimer mal gecraftet, aber nie irgendwie War immer Sinnlos War immer Sinnlos Ich hab noch nicht rausgefunden, für was der Eimer ist Komm her Come with me, bro Wir brauchen mehr Holz, um das noch ein bisschen erwarten zu können Nichts leichter als das, wie ich sagen Also, ja Hm Hier kannte ich noch eventuell Aus mir fehlen zwei Nägel wieder So, jetzt ja Eigentlich ganz so ein Mangelware, ey Ah Boah, ist das jetzt riskant eigentlich Wieder zwei Holz und Hunger Hunger habe ich auch Oh man Wo sind meine auf dem Grill? Ich hab noch nichts gepflanzt War mein Was? Warte ich heute schnell rüber Warte ich mal schnell rüber Warte ich mal schnell rüber Hast du schon was gepflanzt? Ja Gut Ich hab auch gewässert Gut Gut Normalerweise müsste ich da jetzt noch Bam Oh ich brauch wieder zweimal Holz Äh, gibt's doch nicht Mehr Holz am besten Noch mehr Holz Ich bin nur um Holz sammeln Oh, irgendwie Also das Holz mit Holz geben wir grad ein bisschen auf den Keks, ne? Das ist schon hart grad Nicht nur ein bisschen Das ist richtig nervig grad irgendwie Ja, das kommt in die andere Kiste Ach, ich hab noch einen Stein dort, Alter Das sind wieder 30 Minuten um Ich fühl mich grad so unproduktiv Ja, ich auch Ich hab mich auch noch nie in einem Spiel so unproduktiv gefühlt Das glaubst du gar nicht Ich renne die ganze Zeit nur im Kreis und versuche irgendwo Holz her zu fischen Ich kann schon gar nicht mehr warten, bis es hier ankommt, weil ich zu viel Holz brauche Ja Keine Zeit für den Scheiß Nein Oh, komm Ich möchte es noch So So Unten, du kannst unten vielleicht mal, damit er das dann nicht kaputt macht Das wäre echt ungeil, wenn du da was Hier und hier Da und da Achso Bei den zwei, damit der, damit das dann nicht verschwindet Weißt du, das wäre echt dramatisch, genau Das wäre echt dramatisch, wenn das verschwinden würde Na ja Da wäre so nicht aber aufgewiener Drama Queen hier Das kann man es noch mal probieren, wohnen So Ah, scheiß Wellen Mann Ich komme nicht mehr hoch, die blöden Wellen Mann Toll, jetzt habe ich, jetzt habe ich es verpasst Obwohl Ja, das kriege ich noch Ja, komm komm Ah, das kriege ich nicht mal Zu weit vom Zu weit entfernt von Empfänger Was Zu verarschen Was ehrlich jetzt Diese Scheiß Diese Scheißantenne, die mobben mich Hä Zu An der anderen Antenne Du Stück Du Mist Wir müssen das wahrscheinlich hier Diese Ah Ich mach das ganz anders Ich mach das einfach Hier Wo Zack Scheiß drauf Oh ja, das sieht scheiß aus Aber Ja Ist mir grad so egal was Was scheiß aus Ich will ein Ich seh irgendwas Ja Direkt vor uns Das haben wir die Oder Somit ignorieren Liebe zu Großen fahren Ja Das sind wir grad Man kann ja mal die Segel setzen Richtung Die Insel, die sieht schon so nach Nichts aus ehrlich gesagt Und das haben wir die mitnehmen Eher nicht Nummer wechseln Welche nummern Ich sag dir jetzt Jetzt lassen wir die Der will ich töten Hast du erwischt Ja Arsch Oh Oh Hähnchen Hähnchen Oh Gott Ah der Hai Nein Arsch So schnell kann ich ja nicht mehr laufen mal Alter Ich zugeflächter Aber Wir müssen jetzt Wir müssen jetzt Wir wollen Oh mein Gott Oh mein Gott Da hinten ist noch eine Fisschen noch Ah ja Da ist noch ein Fass So arbeit Jetzt Weiß ich weiß noch entweder haben wir Blättermangel oder Holzmangel Guck jetzt mal rein wie viel Blätten wir haben Das ist nicht mehr normal Alter wenn wir schon mal hier bei der Insel sind kommen Ich drehe mal aber wir beenden es trotzdem die Insel die Folge Aber anscheinend ist man von dieser großen Insel sehr weit entfernt Da ist die Zahl von 1500 Die Fringe Sehr langsam Na gut Aber dann Berett Ja Dank fürs Zuschauen Und ähm Bis zur nächsten Folge Bis zur nächsten Folge Tschüüüü Ciao